Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist wieder Freitag, so mit Zeit für ein kleines XRP-Video. Was hat sich news-technisch gemacht? Und da gibt es heute ein paar kleine News und natürlich auch chart-technisch. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen. Auf jeden Fall schon mal unten einen Kommentar reinschmeißen mit XRP ist Beste oder was weiß ich was. Schreibt einfach unten was rein für den Algorithmus. Und ja, kommt gerne auch natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Link dazu findet ihr natürlich for free unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Und zwar momentan traden wir ziemlich oben bei 0,51 US-Dollar Cent. Es ging in der Spitze sogar heute Nacht mal auf ungefähr 0,53 US-Dollar Cent. Das hat mit News zu tun und die werden wir uns jetzt eben gerade mal anschauen. Und zwar SEC lässt Klage gegen Ripple-Führungskräfte fallen. Die US-Börsenaufsicht SEC hat ihre Klagen gegen Ripple-CEO Brad Garlinghouse und Mitgründer Chris Larsen fallen gelassen. Den beiden Führungskräften wurde vorgeworfen, den institutionellen Verkauf der Kryptowährung XRP unterstützt zu haben, die ein Gericht als Wertpapierangebot anstufte. Ein weiterer Teilsick für Ripple, den Gerichtsentscheid im Juli feiert, bla bla bla. Also im Endeffekt ist das jetzt eigentlich so die Hauptnews. Und die hat dazu geführt, dass Ripple extrem viel gepumpt ist. Wir schauen uns das Ganze mal an, seit die News dann rausgekommen sind. Prozentual zumindest vom Pump beginnt bis zur Spitze ging es hier knapp 8,5% nach oben, nachdem wir vorher absolut wieder in einem Downtrend festgehangen waren und keine richtigen Impulse gesehen haben. Dieser Pump, muss man aber sagen, hat eine kleine negative Nebenwirkung und zwar haben wir es nicht geschafft, ein höheres Hochzubilden. Das heißt, wir haben zwar einen schönen Pump von 8,5%, jeder kann sich wieder freuen, Ripple wieder 8,5% nach oben hingeschossen, aber technisch gesehen befinden wir uns weiterhin in einem Abwärtstrend. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, deswegen machen wir auch die Analyse dazu, weil Newdenews bringt uns im Endeffekt relativ wenig. Natürlich ist es schön, auch vom Volumen her ist es ein schöner Impuls gewesen, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Wir haben aber schon den ersten Impuls komplett abgegrast. Hier lag eine Menge Liquidität hier oben drin. Den haben wir dann hier mit dem zweiten Pump nach oben hin und dann auch gleichzeitig eine Bearish Divergence, sieht man hier ganz schön auf dem 15-Minuten-Timeframe, haben wir diesen Impuls abgearbeitet. Das heißt, wir haben die Liquidität da oben rausgezogen. Ein letzter Impuls ist möglicherweise noch drin, aber das Volumen, das Hauptvolumen, was zu dem Pump geführt hatte, wurde mittlerweile abgearbeitet. Und das heißt für uns, nichts wirklich Gutes, weil Abwärtsbewegung weiterhin intakt, Golden Pocket auch noch dazu, das Golden Pocket, diese Abwärtsbewegung, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was unser Maximalziel war, wurde getroffen, wurde mit einem Wig übertroffen, aber wie gesagt, wir haben keinen Closer drin gesehen oder drüber gesehen. Das heißt, absolute Abwärtsstruktur. Und wo könnte uns das jetzt im Endeffekt hinführen, trotz dieser positiven News? Dafür ziehen wir uns jetzt mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Tief bei ungefähr 0,4770 bis zu unserem Top bei 0,53. Würde bedeuten, dass wir uns hier nochmal bei der Marke von knapp 0,4976 wiedersehen. Dort wartet das Golden Pocket. Und wenn wir mal hier uns so eine ganz, ganz kleine Box ziehen, so in diesem Bereich hier, wo unser Golden Pocket sich befindet, sehen wir, okay, das war einerseits unser ehemaliger kleiner Support und natürlich unser Widerstand, bevor wir jetzt hier dieses Breakout gesehen haben. Also grundsätzlich kann dieses Breakout jetzt dafür sorgen, dass wir einen nachhaltigeren Impuls nach oben hinkriegen. Kurzfristig, wie gesagt, oder mittelfristig bedeutet das jetzt erst einmal, wir haben kein höheres Hoch und wir sind in einer Abwärtsbewegung. Deswegen wäre es jetzt ganz gut für Ripple, also jetzt nicht wieder hier in FOMO verfallen oder sonstiges. Es ist nur eine kleine Klage. Die Große kommt dann nächstes Jahr, vielleicht im April, vielleicht zieht sich der ganze Scheiß auch einfach noch weiter. Also kurzfristig wäre hier die Möglichkeit im Golden Pocket spätestens hier am 0,786 hier bei ungefähr 0,49 US-Dollar-Cent, dass wir dann hier diesen Impuls kriegen und dann mit einem höheren Hoch hier wirklich durchstarten und zumindest mal in Richtung 0,54, 0,55 US-Dollar-Cent nach oben hin ballern können. Das wäre auch, wie gesagt, von der Liquidität. Wir haben hier unten noch eine Menge Longs zu liquidieren. Also dieser Bereich hier deutet sich schon sehr, sehr gut für eine Long-Position an. Man muss dazu sagen, Risk liegt bei ungefähr 2 bis ungefähr, wenn wir das letzte Tief hier noch mitnehmen, bei 2,5%. Das heißt, ich würde euch einfach als Empfehlung oder als kleinen Rat geben, geht hier bitte mit zwei Positionen rein, nicht mit einer, das heißt hier im Golden Pocket vielleicht eine und die zweite dann hier bei ungefähr 0,49, 30. Das würde dann hier im Endeffekt dieses letzte Hoch die Ineffizienz abdecken und den Stop-Loss einfach da drunter legen, einfach um ein humanes Risk-Management hier natürlich zu haben und auch darauf vorbereitet sein, dass wir dieses Tief, wo dieser Pump hervorging, also dieser impulsive Move durch die News hervorging, dass wir diesen möglicherweise wiederholen, ihr kennt das ganze Spiel und dann im Endeffekt erst eine richtige Trendwende starten. Aber, und das ist halt auch, muss ich euch fairerweise auch so sagen, technisch gesehen, wie gesagt, wir machen jetzt nochmal das Golden Pocket weg, wir machen nochmal diesen Fahrplan hier weg und das kleine Golden Pocket auch weg, technisch gesehen müssen wir auf Daily-Sicht mindestens einmal die 0,54 nach oben hin durchbrechen, um diese Seitwärtsphase, die wir hier haben, zu durchbrechen, um ein höheres Hoch zu durchbrechen und das Risiko zu minimieren, dass wir hier nochmal auf 0,42 US-Dollar-Cent nach unten hin ballern. Das heißt, übergeordnet, mittelfristig befinden wir uns in einer Seitwärtsphase, in einer Range, das ist diese hier, kurzfristig 0,49 US-Dollar-Cent, grob für das Golden Pocket, für das 0,786er und diesen impulsiven Move, um eine mögliche Trendwende einzuleuten. Längerfristig haben wir immer noch diesen WIG und den schaffen wir nur, wenn wir die 0,54, 0,55 mit dieser Range nach oben hin verlassen. Also, hoffe, ich habe euch jetzt nicht überfordert, aber wann genug Infos, so viel kurzfristig. Die News, wie gesagt, sind nice to have, aber bedeutet jetzt nicht, dass wir hier komplett to the moon gehen. Also, weiterhin vorsichtig sein, auch vor Boonboys. Und dann war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende natürlich. Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar unten reinfischen, was ihr davon haltet. Und dann hören wir uns morgen früh zu einem Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.